Das heißt, wenn man wirklich was in seinem Leben verändern möchte, führt nichts daran vorbei, sein eigenes Unterbewusstsein neu einzustellen und der erste Schritt dahin ist mal zu beobachten, was ich jetzt gerade denke über mich selbst, über mein Leben, über die Menschen in meinem Leben, über meine Zukunft und dann weißt du, wie dein Unterbewusstsein aktuell eingestellt ist. Und dann kannst du ganz effektiv diese Glaubenssätze drehen und anfangen, dir ein neues Selbstgespräch zu implementieren und dann wirst du sehen, dass sich dein Leben verändern wird, dass sich die Menschen in deinem Leben verändern werden, dass vielleicht Menschen gehen, andere Menschen dazukommen. Du wirst spüren, dass sich deine ganze Energie verändern wird und du weißt ja so, wie du aussendest, so kommt es auch von der Umwelt zurück und deshalb ist es das Allereffektivste, das eigene Unterbewusstsein neu zu programmieren.